Hallo? Ja, hi, alles klar? Mein Handy war noch nicht eingerichtet darauf, weißt du? Kein Problem. Overlay einstellen oder so eine Kacke, wo du gerade anriefst und deswegen kam ich nicht weiter. Kein Problem, kein Problem. Guck mal, du musst ja schnell zur Arbeit jetzt. Und wir hatten ja gestern, habe ich dir noch ein Video geschickt. Am besten, du weißt schon, wie das mit der Shader geht. Wir haben ja alles besprochen. Ja, ich habe mir gerade das Video mit den Hunden angeguckt. Traurig in Marokko, was er erzählt. Ja, ja. Aber so war es ja nicht immer, ne? Natürlich nicht. Ich sage dir die Shader jetzt vor, weil du musst ja weg, glaube ich. Du bist ja in Eile, oder? Also so, das ist mir wichtiger, wenn ich 10 Minuten zu spät komme. Perfekt. Ja, das muss doch sein. Soll ich es dir nochmal vorsagen oder willst du es alleine sagen? Du kannst es schon alle... Okay, ich sage es dir vor, jetzt mit der Absicht Islam anzunehmen, okay? Ja. Inshallah, okay. Ich sage es dir, dass du es nicht mehr, wenn 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 du es nicht mehr, jetzt nicht länger reden können, aber ich hab dir, aber wir haben ja noch Kontakt, wir haben ja jetzt die letzten Tage so ein bisschen geschrieben. Wie alt bist du eigentlich? 44. 44, Marshal. Schön. Gut, wir hören uns. Okay, ich schicke dir ein paar Sachen zu. Ja, soll ich dir mal ein Adresse schicken? Nein, ich schicke dir später ein paar Sachen zu. Wir bleiben ja hier über Instagram in Kontakt. Wie lebe ich denn? Wie lebe ich denn? Alles klar, alles klar. Wo wohnst du? In welchem Gebiet in Deutschland wohnst du? In Dortmund kennst du wohl? Ja, klar, natürlich. Kennst du auch vielleicht Sauerland? Sauerland, ja klar, kennst du auch, natürlich. Wir hatten, wenn wir das kennen, vielleicht komm ich her. Alles klar, gut. Ich wünsche was, wir hören uns inshallah, okay? Bis dann, Salam Aleikum.